Check this out! Ja, da sind wir auch wieder da. Äh, mein PC ist eben, oder vor ein paar Stunden abgeschmiert. Und da war die komplette Aufnahme eines komplett weg. Ja gut, was haben wir gefunden? Was haben wir weiter gemacht? Wir haben uns eigentlich nach oben gegraben. Ich hab das habt ihr schon gesehen. Ich weiß nicht, ob da in der Folge drin ist, aber... Ich muss erstmal... Bisschen... Ja, ich kann halt auch normal irgendjemand nicht spielen da. Ich bin ein paar Relax. Aber wir machen weiter. Na gut. Da hab ich mich nach hier vorne, ähm, gebaut. Und da hab ich einen Villager gefunden. Verprechteskrieg halt so viel gemacht, aber hat nichts genützt, weil es in der 1.5.2 noch nicht geht. Also mit den Tauschen alles. Da hab ich ja auch in der Tour diese Wooden Gears und Reds und Energy gesehen. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kenn mich so... Ich hab mal... Oder ich hab mal jetzt nachgeguckt. Das ist Birdcroft, aber ich kenn mich mit Birdcroft nicht aus. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, was ich, äh, damit machen kann. Mit den ganzen Trumscrams. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich wär beinahe mal... mal fast verreckt. Da hab ich mal schnell Gamert gegangen, weil es sonst ja... äh, aus wär. Mit den ganzen Trumscrams. Natürlich werd ich jetzt alles zusammenschneiden. Das komplette Video. Also, ähm, einmal ist mir, ähm, ja, wie heißt das? Ja, die Aufnahme kurz unterbrochen worden. Und danach... Die zweite Aufnahme. Da war auch immer alles normal. Und da hab ich halt immer krass gemacht. Weil ich mal ganz kurz weg musste. Und dann ist natürlich hier geschmückt. Ja. Also hab ich mir gerade, ähm, zwei Dateien aufgenommen. Und da ist jetzt hier die dritte... Und jetzt ist jetzt mal der dritte fast drin. Ding, 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 ding. Ähm... Na gut. Hier, ähm, wir machen jetzt, äh, weiter. Indem wir... Was ist denn da vorne? Ach so! Was ich euch schon verraten hab, da vorne ist irgend so ein komisches Erd. Und ich nehme jetzt mal kurz ein Vollbild auf. Vielleicht nicht zuerst den Vollbild. Oh, und dann vielleicht immer noch ohne Frats. Sondern mit Aschambu, oder wie's immer heißt. Ähm, was kann man eigentlich damit haben? Ich weiß nicht, was man mit der ganzen Kampf hier anfangen kann. Also ich kann mich total mit dem Mod-Tag... Total nicht aus. Guck mal nach, was diese, ähm, Stone... Warte. Oh, da ist ein Bug. Stone. Stone. Guck mal was sie bringen. Guck mal was sie bringen. Oh, ist das laut. Ähm. 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 Komm ich aus drei... Oh, ist das laut. Ähm. Wartet mal. Ziehen wir mal. Oh, das ist laut. Dein Ding ist laut. Ach, wie warst denn dein Sound? Das sind normale. Nein. Das sind meine normale Auspuffe drunter, die ich jetzt drunter hab. Oh, das hört sich so laut an. Kann ich nicht ändern. Ja, ich wollte noch lautere drunter haben. Das ist jetzt einer, wenn ich jetzt mehrere Fragen mache. Ach, da hab ich auch gleich mehr. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber da muss ich mal ein bisschen lauter reden. Oder so. Danke. Das ist immer so, wenn ich drauf von außen her gucke. So. So. Ah, wir haben alles. Ja, guck doch. Okay. Ja. So werden wir jetzt oben diese komischen Klinklesechen ausmachen. Na gut. Zum Nerven nämlich. Okay. Na gut, wir machen mal weiter hier. Danke. Aus, hab ich gesagt. Nö, aus, hab ich gesagt. Blöden Ding ich, da brauchen wir keine, wenn wir so ganz vorher machen. Nö. Gut, wir machen das jetzt erstmal alles hier rein. Das hab ich auch erst herausgefunden. Ja. Da bekommt man auch genau diese 64 Stück. Hier in den EMC. Da können wir uns, ja. Ich weiß nicht. Später. Daraus. Äh. So eigene Insights machen. Und besser ist es. Ja. So. Ich muss direkt sogar noch eine eigene Rüstung machen. Hast du nicht gesehen. Ja. Ich muss eigentlich auch bald schon wieder die Aufnahme beenden. Ne. Weil, ähm. Ja. Eben ist als der PC geschmiert. Und das geht. Mach uns noch ein bisschen weiter. Okay. Alles klar. Dann mach ich halt noch ein bisschen weiter. Nur ich hab grad die Zeit nicht. Ich hab keinen Teil machen. Das ist wirklich dumm von mir. Weil ich keinen Teil machen. Sonst weiß ich ja gar nicht. Irgendlang nicht aufnehmen kann. Ja. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja. Ist eigentlich jeder. Mhm. Eine Copperchist. Ich mach euch mal eine Bande mit Meiser. Ich nehm die Meiser jetzt mal auf die Werke. Okay. Äh. Was haben wir jetzt hier? Album und Blut. Ähm. Oh. Du hast... Uhhh. Alter. 2.000. Er kriegt schon mal eine Iron Chest. Wie denkt ihr? Iron Chest. Äh. Warte. Iron Chest. Iron Chest. Iron Chest. Du hast gebraucht ihn. Nö. Okay. 3.000. 2.000. Klappen. 3.000. Wir haben zum Kommen. Okay. Na gut. Das machen wir jetzt. Okay. Ich wollte das ganze Album. Bin bitte Stein da alles verschwenden. Ich hab ja fast wieder wasulen. Ja sofort. Da ist die komplette Truhe voll. Und... Oh da bist mein Bock mehr. Ich mach eh bald noch ein Let's Play Drug! верver. Also jetzt nochmal Minecraft. Da mach ich nochmal ein Megaprojekt, also Hexit. Alter, wie viel mach ich denn dann noch? Leute, stellt euch das mal vor. Ich will nicht wissen, wie Abos ich später habe. Natürlich mach ich bei 20 Abonnenten ein ganz kleines Abonnenten-Special. Da zocke ich mal ein bisschen mit anderen Playern. Ja, es wird sehr viel Spaß, ich würde sagen, ne? Irgendwo langweilig. Ich sehe nur so, äh, ja. Was gibt mir eigentlich alles? Alter, ich kenn das ganze Zeug gar nicht. Probieren. Oh, Smaragde. Was gibt mir eigentlich gar nicht? Hm, Tim, oh Gott, Tim. Bronze. Wie viel Zeit in der Melone. Oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, dann kommen wir aber weiter. Oh, es wird ein bisschen übertrieben. Ich muss gleich auch später mal beim anderen Kanal vorbeischauen. Ich hab schon wieder eine Nachricht bekommen. Okay, also. Falls ich einen Anfluss bekommen, ist Jacka Marvin natürlich. So. Bei ihm mach ich auch mal nochmal eine Anfrage, ob er beim NSB-Ticket mitmachen will. Schickt euch noch ein paar mehr Anfragen. Das war eigentlich nur zwei. Oh, eigentlich ein Glock. Soll ich annehmen. Lol. Ich wollte schaufeln. Okay. Ja. Okay, mach ich gleich mal eine Auflaubepause. Riesen Tag. Äh, das Video wird so am 12. oder 13. Ah, 12. wo es drauf kommt. Weil ja 13. hier wieder in der Schule bin. Es kann sein, dass dann eher weniger Aufnahmen kommen. Das weiß ich halt einfach. Du machst noch mit Infovideo oder wie es immer heißt, ne? Ja, und dann ist es halt mal ein bisschen besser. Dann läuft es halt auch mal wieder. Zum Beispiel, wenn ich mal wieder Ferien habe, dann habe ich mal wieder keine Ferien. Dann hast du mich gesehen. Na ja. Aber ich muss mal nach... Es kommt später nach. Ich gucke das im Offscreen nach. Jetzt mach ich mir nochmal ein bisschen... Cobbles, 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 Cobbles Stone. So. Der kommt hier rein. So. Der kommt hier rein. Okay. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Oh, oh. Ach so. 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 Und so. Und so. Alles klar. Ja. In der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen wieder mehr arbeiten. Ja. Morgen habe ich auch vielleicht mehr Zeit aufzunehmen. Das Video scheint mir noch alles zusammen. Also die 3 Folgen mit dem Intro alles von und dran. Ja. Lasst eine Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare. Wie. Ähm. Gib mir ein paar Tipps zu Tagget. Zum Beispiel auch ein paar mit Server Team. Boah. Was denn noch alles. Was denn noch alles. Boah. Welches Aufnahmeprogramm für mich empfohlen wir. Was auch nicht so viel Speicher oder so viel in die Arbeit oder sowas so verkauft. Und wo ich dann auch mit HD aufnehme. Ja. Ich hoffe trotzdem euch hat es gefallen. Oder die Folge hat euch gefallen. Es gibt ein paar Tipps. Lasst die Bewertung da. Halt rein. Halt rein. Halt rein. Leute. Halt rein.